Okay Freunde, herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Heute geht's wirklich los mit der Drehhürde. Meine Katze ist hier, äh, wunderschön. Ich hab mich jetzt so richtig schön hier fertig gemacht, ja. Ich hab mir ne Jogginghose angezogen. Heute, wo ich das hier aufnehme, ist auch gerade Dienstag. Ich weiß gar nicht, wann ihr die Folge sehen werdet. Jeweils noch in der selben Woche. Heute ist ja auch internationaler Tag der, äh, Jogginghose. Ne, wie ist ja wohl nicht heute Tag der Jogginghose. Ganz komisch. Und da passt das so schön. Hab mich schon ein Eis hier hingestellt. Hab mich schon gemütlich angezogen. Hab's dunkel gemacht. Hab den Grabber neu gestartet, ja. Und jetzt geht's los mit der Drehhürde. Und irgendwie, wenn ich beim Umdrehen schlage, ist das irgendwie ganz komisch. Wann mal. War das irgendwie ganz komisch gerade? Egal. Okay, was erwartet uns denn hier? Sind das wirklich nur die? Ja, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, wa? Ups. Hallo. Genau, die haben wir ja im letzten Part noch runtergeboxt. Okay, man, dann werde ich mich jetzt mal vorsichtig nähern. So, und jetzt schön. Zack. Man kann die ja immer schön, ähm... Och nee, jetzt hast du einmal geflackert und jetzt hab ich wieder eine leichte Zeitverzögerung. Na gut, geht aber noch. Ähm... Ach du Scheiße, jetzt kommen schon die Spinnen. Weil die ich nie verstanden hab. Weil man die angreifen kann, wann nicht. Okay, man. Jetzt nochmal einmal. Warte mal. Zack. Ah. Äh, Link, du darfst ruhig dauerhaft schlagen. Da muss ich nichts gegen. Meine Zehner will ich haben. Nein! Zack. 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 So, habst du jetzt wirklich die ganzen 109 Parts? Ne, 110 Parts? Das ist Part 110, ne? Habst du wirklich die ganzen 110 Parts hier durchgehalten? Immer schön dieses Geräusch zu machen, wenn man das Schwert wegschiedet... Oh mein Gott! Nein! Verdammt. Okay, man. Äh, wie stelle ich das an? Ich warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Pass mal auf. Das ist ein Narren sicher. Nein. Zack. So. Äh, gut, dass ich nochmal Pfeile gekauft hab, war? Nein! Ah! Ah! Mann, das ist scheiße. Ah! Okay, irgendwie ist die Kamera wieder invertiert. Möchte mir nicht so ganz gefallen, aber naja. Muss wohl so. Okay. Warte mal, war das echt schon immer so? Ja, eigentlich schon, ne? Irgendwie hat mich das grad verwirrt. Egal. Oh. Diese leckeren Typen. Vielleicht auch schon mal vorzeitig ein bisschen abschießen. Ich möchte eigentlich nicht so wie Pfeile verschwenden, ne? Aber es muss ja sein. Oh, was war das? Och, Mann. Mann! Jetzt hab ich... Jetzt hab ich 20 Millionen Mal hinterher an den falschen Knopf gedrückt. Zack! Ich kann... einen Fangstoß machen. Was war das denn? Ne, das ist viel zu gefährlich. Zack! 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 Das war's. Glaube ich. Äh, Geld immer schön einsammeln. Ist vielleicht besser, weil, äh... Ja. Geld können wir gebrauchen. Da ist ein blauer Rubin, der jetzt weg ist. Macht nichts, wir haben schon für den Herz verloren. Das möchte mir nicht ganz gefallen. Oh. Voll dunkel. Oh, da sind diese, diese, ähm... Lizardmans. Ähm... Na gut. Geh mal... Wow. Vorsichtig runter. Genau. Mann! Mann! Link, leer noch mal schlagen. Bin ich nicht mehr fähig. Mann! Bin nämlich zu unfähig gerade. Warte. Okay, Mann. Warte! Zack! Hä, hä! Alle tot? Ne, da sind noch welche. Komm ruhig her. Äh. Manchmal habe ich das Gefühl, Link hat einfach keinen Bock zu treffen. Man denkt, dass ich... Nö, mache ich heute mal nicht. Okay. Ich mag die Drillhülle nicht. Wusstet ihr das? Also es geht so, aber... Hier muss man echt... Hier muss man schon ein bisschen Skill haben. Und... Oh mein Gott. Okay, die mache ich hier vom Boden wieder platt. Die Wasserläufer. Nennen sie mal Wasserläufer. Die gab es ja auch schon bei. Das kann ich schon nicht mehr meine Mega-Wirbel-Attacke machen. Und zack, zack, zack. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Verdammt. Wieder ein viertes Herz verloren. Ähm, ich werde mal... Ja, ähm. Auf manchen Ebenen können wir auch Herzen ausgraben. Ich werde da mal schnell schauen, ne? Kann ja nicht schaden. Also ich glaube wirklich nicht, dass wir, ähm... Hier sterben sollten. Also ganz zum Schluss kann es wirklich ein bisschen haarig werden. Aber komm. Das ist noch alles im guten Bereich. Noch haben wir ein halbes Herz von 100 verloren. Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Ey, es kommen schon diese Dicken hier, ne? Da haben wir nur zwei von denen. Ja, das ist ja kein Problem. Die war ja schnell... Oh, wie gemein! Also noch die... Wartet, oh! Die scheiß Bogenschützen, man! Zack! Bam! Vorhin eine Würbertacke gemacht. Auch nicht schlecht, ne? Haben wir schon ein Dreiviertel Herz verloren. Ich habe echt keinen Skill. Ich wusste ja nicht, dass die Bogenschützen da sind. Voll gemein. Ah, und wir haben die ersten zehn Ebenen geschafft. Hammer, geil! Sie ist ja nackt! Willkommen in der Drehhöhle, Held, der du die Finsternis vertreibst. Ich bin die große Fee. Als Königin herrsche ich über die Fee in dieser Welt. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Fee in der Quelle von Ordon freilassen. Eher gesagt, von Latoan, ne? Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du dich an Steinen... Anste... Oh! Womit du dich an Steinen, Felswänden entlang bewegen kannst. Wenn du noch nicht für diese Herausforderung bereit bist und dir noch etwas vorbereiten willst, bringe ich dich zurück nach oben. Okay. Meinetwegen. Wir haben aber schon alles abgeschlossen, deswegen machen wir das hier in einem Rush durch. Schade ist uns das, was hier nicht heilt. Naja, wäre auch irgendwie zu einfach, ne? So. Wir haben jetzt die Fee befreit, das heißt, wir können jetzt wirklich an... Feen, also wir können jetzt an diesen Quellen... Wow! Auch voll gemein! Mann! Man sieht das alles nicht, wo was ist. Ist ja auch gemein, bald mal. Ach, so viel Geld, das möchte ich jetzt eigentlich nicht... Verschwenden? Ach, scheiße. Okay, Mann. Hier, Fang! Mal, erst mal. Ich weiß nicht, ich klaue den ersten Mal, die Verkleidung und... Zack. Mann. Bisher habe ich immer nur Schaden gekriegt, weil ich nicht wusste, dass hier noch mehr Wesen sind. Ja. Voll kacke. Aber gut, Herzen lassen sich noch finden. Hier bleibt noch nicht. Ähm, nee. Nee, nee, nee. Okay. So. Jetzt können wir entweder hier cool mit dem Gleiter hoch oder ich habe auch schon eben so einen Hakenpunkt gesehen. Warte mal, wo kamen wir jetzt? Da muss ich hin. Oh, das war so, wa? Das bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Ach so, ich verstehe. Das ist für den Fall, dass wir hier schon weiterspringen und nicht mehr zurückkommt. Hier links Mütze. Okay, daneben nicht. Äh, Gleiter. Nein, nicht Monspern, Gleiter. So. Mann, 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 ey, jetzt lasse ich jetzt schon hier so... Federn, ey, das ist wirklich nicht wahr. Skill für den Arsch. So. So, wieder ein bisschen meine Standardausrüstung herstellen. So, wer wartet hier auf uns? Slime. Hier wahrscheinlich wieder was unter. Nee. Okay, Slime lässt sich eigentlich ganz cool besiegen. Habe ich, glaube ich, gar nicht noch so gezeigt. Wir waren mal schön mit unserem Greifhaken draufballern. Pass mal auf. Zack. 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 Ah. Zack. Oh, nein. Zack. 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 Nicht schlecht. Okay, Mann. Jetzt in der Herzen suchen. Ich habe sie zwar eigentlich eh nicht nötig. Aber komm. Ne? Auf irgendeiner Ebene finden wir auch 200 Rubine. Das war richtig übel. Das war... Das war cool. Aber gut. Können sie auch nicht rauswarten, ja? Wir müssen uns jetzt quasi umbringen, wenn wir jetzt echt nicht mehr weiter wollen. Oder, okay, man kann das Spiel auch rausmachen, aber... Äh, egal. Oh. Ach so. Ich dachte, dass wir selber Slime sind. Genau die Typen. Äh. Greifhaken, ne? Braucht man, genau. War ein Fehler, wartet. Zack. Zack. Mann, Link. Schlag doch mal dauerhaft. Zack. 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 Und? Auch noch. Warte, wir machen es cool. Zack. Äh, ja. Zack. Link hatte wieder keinen Bock, die Sprungattacke, Sprungattacke zu machen. Soll mir recht sein. Ist mir eigentlich relativ egal. So. Immer gucken. Das ist gesund. Aber hier ist gar nichts. Okay. Die Folge ist gleich schon vorbei. Mann, Mann, Mann. Das wird noch schön lange dauern, die Drehöhle, ey. Ach du Scheiße. Wartet mal. Ähm. Wenn ich jetzt mal voll so ein Bombenpfeil in die Mitte baller. Oh, die fliegen vorweg. Ist ja geil. Wartet. Das sind nämlich diese Typen, denen wir wieder unnötig Schaden machen würden. Das kann ich euch schon so sagen. Hör. Na komm, den Rest mache ich noch so platt. Wir wollen doch nicht ganz so ein Feigling sein, ne? Ach, ich glaube, hier sind auch noch unsichtbare Mäuse mit bei. Kann das sein? Ach so, das ist alles so fliegen, ne? Hör. Ach schon. Okay. Dann war es noch nicht hier. Kann sich auch irren. Ähm, ah. 10 Rubine. Ne, 100 Rubine. 10 Rubine. Oh, 100 Rubine. Okay. Na, meinetwegen kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren. Wir haben ja noch unsere Rüstung, ne? Die werde ich dann später bei den Gegnern einsetzen. Weil da bekommt man echt nur noch aus dem Maul. Das ist echt nicht schön. Wett nicht verkacke dann so, dass ich echt zu blöd bin, so einen Trank zu trinken. Dann denke, oh scheiße, schnell so einen Trank trinken und dann sterbe ich einfach nur. Wohl, so gemein ist es ja nicht wie bei Skyward Sword. Da war das immer so, dass man, äh... Sind da Bogenschützen mit bei? Moment. Sind da Bogenschützen mit bei? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir es einfach. Komm. Wer hat hier oft hingetan, Typen? Zack. Zack. Boah, das war knapp. Das war cool. Äh, äh. Ich hab kein Item auf B. Finde ich sehr interessant. Hab auch schon lange nicht mehr gesehen. Hm, ne, gar nichts. Okay. Weiter. Äh, was erwartet uns hier noch, Alisa, ey? Die letzten Ebenen, ey, die werden nochmal richtig spannend. Ledermäuse. In der Höhle. Ja, dann rüsste ich mal eben meine Lampe aus, wa? Ups. Wow. Ich möchte hier ein bisschen Licht haben, ne? 10 Rubine, kommt her. Okay, wow. Äh, Maus. Noch eine Maus. Ich komm, ich steck jetzt wieder weg. So, Feiglinge. Licht. Bin noch. Ich geh auch ohne mein Nachtlicht. Auch wenn ein Part mal ich nur in meinem Nachtlicht hieß. Das ist mir ganz egal. So. Und jetzt? Das ist immer so dunkel hier. Ah, und die erste Geisterseele. Okay. Ist doch nicht alles, oder? Ne. Oh. Skeletthunde, Mann. Ja, gesagt, Knochenhunde. Autsch. Oh, die Geisterseele hat mich gefoppt. Follte mein. Nein. Ich darf nicht versagen. Okay, ich glaube, es waren alle. Zack. Oh. Ist nur einer. Zack. Das schön ist, dass man hier so einen offenen Raum hat. Wo man die Geister sehen, immer schön gut. Schätze, kann man... Wie viele Herzen haben wir eigentlich noch? Oh, wir haben ein halbes, äh, viertel Herz wieder verloren. Wo ich kann eigentlich mal... Wollt bleiben, um mal zu gucken. Nicht wahr? Äh. Scheinbar habe ich hier echt nur Pech. Wo ist ja gar nicht glücksabhängig. Also sind ja immer, ist immer ein festgelegtes Wort in die Herzen. Aber trotzdem bin ich irgendwie zu blöd. Naja. So. Hier ist gar nichts. Da kommt gleich noch was. Dieser Raum kann nicht leer sein. Ah. Killer Ananas. Ah. Mein Gott. Alter, wie immer mit Rubinen zugeballert wird, ne? Aber wie, mit wie bin ich hier reingegangen? Mit 200 oder so. Jetzt habe ich schon 500. Komm her, Gate. Dich werde ich noch brauchen. Bin echt gespannt, wie viel, ähm, Herzen wir tatsächlich verballern. Und da ist was. Ein Slime. Das war noch nicht alles. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wartet. Da gehe ich mir doch nochmal sicher. Äh. Oh, das war's eben so. Okay. Oh, roter Slime. Können wir uns rein theoretisch auffüllen. Aber das mache ich lieber nicht. Oh mein Gott. Gott. Ja gut. Da gehe ich jetzt vielleicht doch nicht mit dem Greifhaken ran, weil das ist dann irgendwie doch ein bisschen assig. Oh, sogar gelber Slime. Aber der verbindet sich auch gleich. Ja gut. Oh, blauer Slime. Blauer Slime ist es quasi wie blaues Filet. Okay. Das wäre immer cool. Aber ich wage es lieber nicht. Wenn ihr euch an meine geniale Lila Slime-Aktion erinnert. Ähm. Wow, scheiße. Ähm, Wasser Dungeon. Das war eine Kacke, ey. Voll schlecht. Fast gestorben. Was machst du denn da? Das ist voll der Murder Slime. Den möchte ich nicht als Vater haben. Aua. Aua, Mann. Was bin ich denn in so viel Ruine? Herzen. Ich bin echt unvorsichtig, ne? Okay. Herzchen. Bitte. Äh. Gar nichts. Mann. Spiele bist unfair. Ich mag dich nicht. Oh, Freunde. Die Folge ist schon längst vorbei. Hat mich verzielt. Ich würde sagen, wir sehen uns hier genau in der nächsten Folge von Legend of Zelda Twilight Princess wieder, wenn wir weiter in der Drillhöhle machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.